Diese kleine rote Schleife ist Ihnen in den letzten Wochen möglicherweise häufiger begegnet. Sie steht für Bewusstsein für Brustkrebs. Heute geht der Monat des Brustkrebses zu Ende und mit der roten Schleife soll daran erinnert werden, dass immer noch zu viele Frauen das Thema Brustkrebs verdrängen und nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Die Vorsorgeuntersuchungen, wie sie in Deutschland seit den 60er Jahren praktiziert werden, sind jedoch nicht immer ein Garant dafür, dass gefährliche Tumore rechtzeitig erkannt werden, wie ein Fall aus Aachen zeigt.